Mit Gottes Molekül Körper und Geist heilen, in Klammern verbotenes Wissen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein von Ulrich Warnke. Mit Gottes Molekül Körper und Geist heilen, in Klammern verbotenes Wissen. Ulrich Warnke haben wir uns schon mal ein Video von reingezogen über das Thema Quantenphysik und Bewusstsein generell. Und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Deswegen gehen wir auch heute wieder ins Video rein. Es ist ein kurzes Video. Daumen nach oben da, lass uns ein Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, der Peter geht los. Wie kommen wir an das DMT ran? Für alle Leute, die nicht wissen, was DMT ist. Zum Beispiel, DMT wird ausgeschüttet von der Zirbeldrüse beim Tod und bei der Geburt und wird auch teilweise durch Substanzen wie Ayahuasca oder DMT direkt ausgelöst. Und viele sagen, das ist quasi das Verbindungsmolekül oder das Verbindungsstoff zur anderen Welt quasi so. Deswegen wird es ausgeschüttet beim Übergang in die andere Welt wieder, zum Beispiel beim Sterben oder wenn du irgendwelche Sachen konsumierst. Das verbindet dich quasi mit der Welt, die wir nicht sehen können als Menschen. So ungefähr. Indem wir Neokortex reduzieren, Aktivität reduzieren. Das geht durch Absenkung des Sauerstoffpartialdrucks. Jetzt sind da wieder dieselben Sachen aufgeführt, die ich Ihnen vorhin sagte. Große Erschöpfung, Nahtodssituation, Hyperventilation oder, das ist das Richtige hier, durch Neurotheologie. Und was heißt das? Nachgewiesen bei Ritualen, zum Beispiel Yoga. Und das ist das, was ich Ihnen heute hier zeigen will. Es ist hier, er spricht jetzt gerade Yoga und Meditation an und dass wir damit quasi den DMT-Ausstoß der Zirbeldrüse fördern können und unsere Gehirnhälften zusammenbringen können und höre schwingen können am Ende des Tages. Und das merkst du auch, also ich merke das auch. Seitdem ich angefangen habe mit Yoga und Meditation, habe ich nie wieder damit aufgehört, weil es mich in meine Mitte zurückbringt. Weil es mich in mein Bewusstsein zurückholt und mich besser fühlen lässt. Und ich habe das Gefühl, dass ich so Erkenntnisse gemacht habe und Dinge gelernt habe, durch diese Stille, durch diese Meditation, durch das Yoga, auch durchs Beten zum Beispiel, Erkenntnisse gemacht habe, die mein Leben verbessert haben. Und teilweise auch echt Erkenntnisse gemacht habe, die andere gemacht haben, indem sie sich Substanzen wie LSD, Ayahuasca oder DMT gegeben haben. Was mich zu der Überzeugung gebracht hat, dass am Ende des Tages eigentlich nichts von außen benötigt wird, um dich selbst zu realisieren und diese Erkenntnisse zu machen. Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute experimentieren, weil ich glaube, es kann Leuten auch extrem helfen, die sehr festgefahren sind in der Matrix und da nicht rauskommen und nicht mehr ausbrechen können und gefangen sind mehr oder weniger. Kann es denen helfen? Ja. Brauchst du das? Nein. Ich bin überzeugt davon, dass du nichts von außen brauchst, um dich selbst zu realisieren und ein glücklicher, hoch schwingender Mensch zu sein, außer dich selbst und das Göttliche in dir. Und es ist in allen von uns vorhanden, weißt du? Es ist in allen von uns vorhanden. Und wir müssen es einfach nur finden und leben. Mit Aktivierung der Aufmerksamkeitsfokus. Und das muss ich Ihnen jetzt zeigen. Es wird diese Aktivierung als das geheime Feuer, als Erweckung der Zirbeldrüse genannt. Und das geheime Feuer sehen Sie immer in diesen Butterstatuen. Das sind Feuerflammen. Das sind nicht Auswüchse aus dem Kopf, das sind Flammen. Das geheime Feuer, also mit dem Anjana-Chakra, ist hier damit gemeint. Aktivierung. Hier sehen Sie in dem Geheimbuch, das war die Kathedrale der Seele, dass das zuoberst, das Auge des Horus liegt, was ich Ihnen eben vorgestellt habe, mithilfe des, Sie wissen, Weiße Taube, gleich Symbol für Heiligen Geist, universellen Heiligen Geist, mithilfe also des heiligen Informationsmusters, können wir, und das ist die Flamme des Gral, letztlich dieses geheime Feuer aufbauen. Wie wird das geheime Feuer entfacht? Zugrunde liegt Meditationspraxis, wenn sie richtig betrieben wird, die Synchronisierung der beiden Gehirnhälften, die dann zeitweise, es reicht zeitweise, es braucht nicht dauernd sein, ein kohärente, das heißt in gleicher Phase, schwingendes, vier bis acht Hertz elektrisches Feld aufbauen. Also EEG, Elektroencephalogramm, ist normalerweise die Schwingung des Gehirns. Im Alltag ist das eine Frequenz, die um die 30 Hertz liegt. In der Meditation haben sie immer gelernt, ist es 10 Hertz? Mal überlegen, von 30 Hertz runter auf 7 bis 10 Hertz. Was das für einen Effekt hat, wenn du das einmal am Tag tun würdest, so. Dich runterholst quasi. I like that. Dich entspannst, so. Weißt du, wie ich meine? Und versuchst in Ruhe nur noch zu sein und nicht mehr die ganze Zeit zu denken und denken und denken und Stress und denken und was passiert morgen, was war gestern, fuck dies, das, blablabla. Dich einfach runterholst, zurück in deine Mitte reinholst und wieder versuchst einfach nur zu sein, so. Das hat einen riesigen Effekt auf dein ganzes Leben und auf den Alltag, so. Wenn du dich einmal am Tag zurück in deine Mitte holst und wieder in dein Bewusstsein reinkommst und den Stress aus deinem Körper rausholst und versuchst nur noch zu sein, quasi so. Dann wird dein Leben ein ganz anderes Leben werden. Das kann ich euch versprechen, ich schwör's dir. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen tiefer mit Ihren Konzentrations-Kontemplationsübungen kommen, dann bekommen Sie die Frequenz, die wichtig ist zur Aktivierung der Zirbeldrüse. Und das ist 7,8 bis 8,1 Hertz. Die Zirbeldrüse liegt in Resonanz mit diesem kohärenten elektrischen Feld. Und Sie sehen da unten stets, die Zirbeldrüse und der Thalamus zieht Energie aus diesem Feld. Und wenn die Zirbeldrüse durch die rund 8 Hertz angeregt wird, schüttet sie vermehrt Melatonin, Pinolin und DMT aus. Wenn aber jetzt Pinolin, das gehört zu der Gruppe der Beta-Karboline, vermehrt ausgeschüttet ist, dann stabilisiert es gleichzeitig diese Kohärenz der Gehirn. Das heißt, eins schaukelt das andere hoch, immer mehr. Das ist nachgewiesen, diese Rückkopplung. Und interessant ist, dass nicht nur die Zirbeldrüse jetzt aktiviert wird, sondern gleichzeitig eine ganz starke Regeneration im Körper eingeleitet wird. Die DNA tritt in eine sogenannte Replikationsphase, das heißt eine große Regeneration findet statt mit Eiweißausschüttung. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wenn du ein echtes, natürliches Leben lebst in der heutigen Welt noch, also versuchst, dich wieder mit der Natur zu connecten, um diese Dinge zu tun, um wieder das höchste Potenzial aus dir rauszuholen, sag ich mal so, könnten wir eigentlich viel länger leben, als wir gerade leben, als Menschen durchschnittlich. Ich glaube, die Lebensdauer der Menschen hat sich so krass verringert durch die Dinge, die wir uns antun jeden Tag. Ernährung, Stress, nicht mehr in der Natur. Das sind drei sehr, sehr wichtige Sachen. Social Media, den ganzen Tag sitzen, nicht mehr wirklich bewegen. Ich glaube, alles Tools, die uns früher sterben lassen. Und ich glaube, wenn man da einiges richtig macht, kann man sein Leben länger strecken, als es uns teilweise bewusst ist. Körperzellen reagieren, regenerieren verstärkt. Es werden verstärkt Hormone ausgeschüttet. Einmal dieses Hormon da oben, ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, das Dehydroepiandrosteron, D-A abgekürzt. Voll geil, das aus dieser wissenschaftlichen Sicht mal zu hören, wenn ich das so sagen darf. Also diese ganzen Begriffe teilweise, die er da hier jetzt rausgehauen hat. Dehydroepiandrosteron, noch nie gehört. Einmal dieses Hormon da oben, ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, das Dehydroepiandrosteron, D-A abgekürzt. Was für ein Name, Dicker. Dehydroepiandrosteron. Es ist Ihnen bekannt. Das ist ein sehr starkes Anabolishormon. Anabol heißt immer... Oh shit, Anabolitin, man. Jetzt will ich die Lauscherchen aufmachen hier, meine Freunde. ...generierend. Das weitere, was ausgeschüttet wird in großem Maße, ist das sogenannte Wachstumshormon. Und ich darf Ihnen gleich sagen, Wachstumshormon ist das einzige Hormon, dass die Gefäße, nachdem sie entzündet sind, was wir mit Atiosklerose bezeichnen, wieder heilen kann. Es ist kein anderes Hormon, das das kann. Vor allem Pythagoras und Platon erwähnten die Zirbeldrüse. Echt? Pythagoras auch? Und wusste, dass dieses Auge die Wahrheit schauen kann. Krass. Hier sehen Sie die Zirbeldrüse aus dem Rastelektronenmikroskop und warum das so heißt, wird jetzt deutlich. Ich habe mal gehört, dass so ein Tannzapfen auch im Vatikan steht. So ein großer, goldener Tannzapfen. Und manche Leute vermuten, dass der Vatikan weiß, dass die Zirbeldrüse mächtig ist und dafür sorgt, also den Zugang zur anderen Welt quasi ermöglicht. Oh shit. Warum das so heißt, wird jetzt deutlich. Die Zirbeldrüse produziert körpereigene Drogen. Sie produziert Abstand das Gewebe, das im Körper das meiste Serotonin produziert, 50 mal mehr als in jeder anderen Gehirnregion. Folge von diesem DMT. Das ist crazy, ne? Wenn du überlegst so. Du kannst mit deinem eigenen Körper diese Stoffe kreieren. Die andere Leute als Substanzen quasi zu sich nehmen. Steigerung der Aktivität des Zwischenhirns, des limbischen Systems, also dieser Phase, die uns an die Interwelt ankoppelt. Verhinderung der Barriere- und Filterfunktion durch bestimmte Großhirninstanzen. Und es ist nachgewiesen worden, in der Universität in Corrupier, dass dieses DMT die Ursache ist für außerkörperliche Erfahrung, für luzide Träume und für Nahtoderlebnisse. Das ist doch crazy, oder Freunde? Ich werde immer wieder damit konfrontiert, eventuell mal... Also ich habe einen hier in Tulum, der auch Schamane ist und der macht Ayahuasca-Zeremonien. Und er ist ein guter Mann. Ich unterhalte mich voll gerne mit dem. Der ist auch spirituell sehr krass am Start. Wir haben richtig geile Talks. Auch ein Afrikaner und so. Wir haben gute Vibes, bro. Und immer wieder, wenn ich den treffe, denke ich darüber nach. Was das eventuell... Ob das eine Sache ist, die ich tun soll oder nicht. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl... Also ich höre da auf mein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir aktuell noch, brauchst du nicht. Mach einfach weiter mit deiner Meditation, mit dem Beten und mit diesen ganzen Sachen. Und du wirst Dinge realisieren. Nein, du brauchst es eigentlich nicht. Aber manchmal denke ich mir so, wenn ich das nehmen würde, dann könnte ich eventuell den ein oder anderen... Die ein oder andere Sache vielleicht doch noch mehr loslassen, die mich noch festhält, so. Und könnte vielleicht noch mal... noch mal krasser durchblicken, so. Weißt du, wie ich meine? I don't know, bro. Ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin so... Ich verurteile das nicht. Ich würde niemals nie sagen, aktuell hält mich irgendwas... Mein Gefühl, das Göttliche in mir hält mich davon ab. Aber wenn irgendwann das Calling so groß ist, dass ich sage, ey, das weist mich zu krass darauf hin, dass ich das tun soll. Mal gucken. Wenn das Gehirn von Serotonin und DMT und auf Kloto bin ich gar nicht eingegangen, überschwemmt wird, führt das zur Erleuchtung, zu hoher öpferischer Kreativität, zu enormem Mut, ekstasischen Mut und zu übermenschlicher Stärke angesichts in Notsituationen und Unfällen. Es ist dokumentiert, dass eine Mutter an der Seite ein VW hochgehoben hat, um ihr Kind daraus zu ziehen. Ja, Mann. Krass. Das haben wir auch schon mal gehört. Träume, luzider Traum, außerkörperliche Erfahrung, Nahtoderfahrung, alles ist DMT-gesteuert. Das ist heute Fakt. Es wird bloß kaum verbreitet. Crazy, Mann. Geiler Vortrag. Feier ich. Alright, Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Ich küsse eure Zirbeldrüse, passend zum Thema. Ich küsse eure Zirbeldrüse, lasst eure Gedanken dazu, unten in den Kommentaren da. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.